Dieses Adjektiv beschreibt eine teuflische oder höllische Natur von Personen, Handlungen oder Plänen. Ein solcher Plan zielt darauf ab, jemandem absichtlich Schaden zuzufügen. Und ein solches Lachen kann Grausamkeit und Boshaftigkeit ausdrücken. In Romanen und Filmen bietet diese Art von Figuren oft ein ideales Thema, um daran eine Handlung zu entwickeln. Seit Jahrtausenden fasziniert uns Menschen diese dunkle Vorstellung der Natur des Menschen. Ursprünglich wurde das Wort aus dem Lateinischen Diabolikus entlehnt, was auf das Altgriechische Diabolikos zurückgeht. Dieses bedeutet teuflisch oder verleumderisch. Das Wort, das Adjektiv lautet diabolisch. Etwas oder jemand ist diabolisch, also teuflisch, diabolisch.